so wieder in dieser müllhalde wo wir die forschungspunkte gleich erreicht haben für das ziel die anderen beiden dauert es noch ein wenig aber stellen auch einen zweiten haus meister auf jeden fall ein weil sonst wird das mit dem zusammenräumen so ok da geht ein bisschen der stummig um das fenster ja wie passend ziehen könnte unsere rede zerstören ja vielleicht wieder da und das fenster zu so rast sich Ich habe einen Kredit am Laufen. 50.000, 40.000, 40.000, noch dazu auf jeden Fall. Dann passt aber, wenn wir da die DNS auch dann weitermachen, wenn die Schocktherapie hier fertig ist. So, Odale. Der Gesundheitsinspektor betritt das Krankenhaus. So. Nein, aber wir haben keinen Zirkus Dings, leider. Platz jetzt nicht dafür. Da haben wir auch noch viel Arbeit bei dem hier Krankenhaus. So, dass wir das hinbekommen. Oh ja, ja. DNS-Start? Schocktherapie. Schocktherapie. 16.000 Verlust gemacht. Nicht gut. Dann lassen wir da vorankommen. Wir entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. Nachdenken auf. Hm. Objekt zu teuer. 25.000. Wollen wir, dass wir ein bisschen Geld kriegen. So. 50.000 kostet uns das, okay. Zu wenig Krankenpfleger auch. Das läuft ja nicht nach Plan alles momentan. Hier ist Harrison Wolff von Radio Two Point. Ich bin nicht zu eurem Vergnügen hier. Ich bin zu meinem Vergnügen hier. Ein Arzt in die Forschungsabteilung, bitte. Ich bin zu meinem Vergnügen hier. Ich bin zu meinem Vergnügen. 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 Instandhaltungsdurchsage. Mülleimer füllen sich mit der Zeit. Wir nähern uns der jährlichen Preisverleihung. Ich bin zu meinem Vergnügen. Das ist sicher nicht gut, ist dabei. Das würde mich jetzt auch gar nicht missen. reise wir machen teure kredit aber gleich zurück dann haben wir schon 2000 weniger guten umsatz haben wir jetzt gehabt arztpraxis überfüllt in der psychiatrie wird ein arzt verlangt in in jetzt nicht man am platz wenn euch nicht alle jetzt weiterbilden ja 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 Was ist das? Ich habe die Anwesen, die wir verwenden. Warte mal! 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 So, ich brauche Genetik, egal wer, machen wir zwei Ärzte, BAM, brauchen wir nicht nur Genetik, wo kann er hier noch nicht bauen? Wir machen es aber so, aber wir haben eine Naturstation. Gut, alles mit der Ruhe, wir kriegen das hin, DNS-Labor kann er nach Hause schicken. In der Apotheke wird ein Krankenpfleger benötigt. So, hier brauche ich mir dann noch eine Arztpraxis. Ein Krankenpfleger wird in der allgemeinen Diagnose verlangt. So, hier brauche ich gerade. Au, au. So, hier brauche ich noch. In Standhaltungsdurchsage, Mülleimer füllen sich mit der Zeit. So, hier brauche ich noch.